Spielanleitung zu Kingdom Builder. In diesem Spiel versucht ihr die Siedlung eures Königreichs so clever anzuordnen, dass es da am Ende am meisten Siegpunkte gibt. Wofür es am Ende Siegpunkte gibt, ist von Partie zu Partie unterschiedlich. Wir beginnen jetzt mit den Spielvorbereitungen und mit einigen Grundprinzipien des Spiels. Zunächst werden vier dieser Landschaftsplatten beliebig gewählt und zu einem rechteckigen Spielplan zusammengesetzt. Zum Beispiel so. An dieser Stelle ein kurzer Überblick über die verschiedenen Landschaftsarten. Es gibt fünf bebaubare Geländefelder. Dazu zählen Graslandschaften, Canyonlandschaften, Wüste, Blumenlandschaften, Waldlandschaften. Und dann gibt es vier nicht bebaubare Geländefelder. Das sind solche Burgenfelder, Wasserfelder, Bergfelder und diverse andere Ortsfelder. An dieser Stelle über diese Ortsfelder bekommt man hinterher Spezialaktionen und diese Burgen können wichtig sein für die Siegpunktwertung am Ende. Jede dieser Landschaftsplatten hat immer zwei Orte auf sich abgebildet und zwar zwei gleiche Orte. In diesem Fall ist das die sogenannte Farm. Und zu Beginn des Spiels wird jetzt an jede Landschaftsplatte das entsprechende Ortsplättchen gelegt, was hinterher nochmal die Spezialaktionen erklärt. Und da kommen wir gleich noch im Detail drauf zu. So sieht das dann aus, wenn alle Ortsplättchen ausgelegt sind. Auf jedes dieser Ortsfelder kommen jetzt jeweils zwei dieser kleinen Ortsplättchen. Also zwei Farben hier und zwei Farben da und bei den anderen Ortsfeldern entsprechend. Die sogenannten Orakel-Ortsfelder sind was Besonderes. Die gibt es nur jeweils einmal auf dem entsprechenden Landschaftsfeld. Da kommen aber dann auch zwei Ortsplättchen drauf. Und zum Ausgleich gibt es dann hier auch eine zweite Burg. Ähnlich wäre das auch bei dem Hafen. Das gibt es auch nur einmal auf dem entsprechenden Landschaftsfeld. Aber in unserem Beispiel spielen wir ohne dieses Feld. So, am Ende der Verteilung der Ortsplättchen sähe das dann so aus. Zur Info, es gibt insgesamt acht unterschiedliche Orte. Aber die spielen natürlich nicht in jeder Partie alle mit. Als nächstes werden diese grünen Geländekarten gemischt und als verdeckter Stapel bereit gelegt. Die Karten zeigen die unterschiedlichen Landschaftstypen. Und mit diesen Karten kann man hinterher seine Siedlungen bauen. Dann gibt es noch diese roten Kingdom-Bilderkarten. Diese werden auch gemischt. Und drei Karten werden gezogen. Und diese werden offen neben das Spielfeld gelegt. Diese zeigen, wofür es am Ende Siegpunkte gibt. Da gehen wir natürlich später auch nochmal im Detail drauf ein. Dann bekommt jeder Spieler 40 Siedlungen in seiner Farbe. Einen runden Goldmarker. Zusätzlich zieht jeder Spieler noch verdeckt eine dieser grünen Geländekarten. Und der älteste Spieler kriegt den Startspielermarker. Eine nicht genutzte Landschaftsplatte wird umgedreht und dient dann als Siegpunktlandspieler. Dort werden die Goldmarker hingelegt und am Ende des Spiels werden dort die Siegpunkte abgetragen. Der Grundablauf einer Spielrunde ist jetzt ganz simpel. Der Spieler, der an der Reihe ist, kann jetzt seine Geländekarte aufdecken und muss auf die entsprechende Geländeart drei seiner Siedlungen bauen. Dabei muss er drei Regeln beachten. Auf einem Feld darf immer nur eine Siedlung stehen. Wie schon gesagt, dürfen Siedlungen nur auf Gras, Wald, Blumen, Wüste oder Canyon gebaut werden. Und jede neue Siedlung muss, wenn möglich, immer angrenzend an eine bereits bestehende eigene Siedlung gebaut werden. In diesem Fall haben wir das gemacht. Diese Regeln gelten immer für jede der zu setzenden Siedlungen. Jetzt noch ein wichtiger Sonderfall. Wenn ich einmal nicht angrenzend bauen kann, so wie in diesem Fall, kann ich meine Siedlung auf beliebige Landschaftsfelder dieses Typs setzen. Das kann Sinn machen, wenn man sich je nach Ziel irgendwie ganz schnell ganz weit ausbreiten muss. Sollte der seltene Fall eintreten, dass zu Beginn oder während eines Zuges eines Spielers kein bebaubares Feld vorhanden ist, das seiner ausgespielten Karte entspricht, dann erhält der Spieler sofort eine neue Karte. Die andere Karte kommt dann ganz aus dem Spiel. Es wird so lange gezogen, bis dann eine Karte funktioniert. Wenn ich im Laufe des Spiels eine Siedlung an ein Ortsfeld baue, darf ich dort, falls noch vorhanden, ein Plättchen nehmen und vor mich legen. Sollte ich von diesem Ortsfeld schon ein Ortsplättchen besitzen, durch eine alte Bauaktion, dürfte ich kein zusätzliches nehmen. Ich könnte aber hinterher durch das Bauen an dem zweiten Ortsfeld auch ein zweites Ortsplättchen der gleichen Art bekommen. Diese Ortsplättchen erlauben verschiedene Sonderaktionen, die in jeder Runde einmal genutzt werden dürfen. Diese Sonderaktion kann entweder vor oder nach der Pflichtaktion verwendet werden. Wenn ich das Ortsplättchen in dieser Runde erst erhalten habe, kann ich die Sonderaktion erst in der nächsten Runde einsetzen. Grundsätzlich kann ich mit diesen Spezialaktionen bestehende Siedlungen versetzen oder zusätzliche Siedlungen ausbrett bringen. Ein Ortsplättchen bleibt so lange im Besitz des Spielers, solange mindestens eine seiner Siedlungen an das entsprechende Ortsfeld angrenzt. Wenn es durch eine Sonderaktion irgendwie umgesetzt wird, dann würde das Ortsplättchen nicht zurückkommen hier drauf, sondern es käme aus dem Spiel. An dieser Stelle gehen wir einmal durch die möglichen Sonderaktionen. Dabei fangen wir an mit den Aktionen, mit denen ich zusätzliche Siedlungen ausbrett kriege. Wenn ich die Orakelaktion durchführe, kann ich eine zusätzliche Siedlung auf ein Landschaftsfeld bringen, das meiner Geländekarte dieser Runde entspricht. Natürlich muss ich dabei wieder die Bauregeln beachten. Eine Farmsonderaktion erlaubt mir, eine zusätzliche Siedlung auf eine Graslandschaft zu stellen. Es muss, wenn möglich, wieder angrenzend gebaut werden. Wenn es keine verfügbare Graslandschaft mehr gibt, entfällt die Aktion. Mit der Oase das Gleiche mit Wüstenfeldern. Über die Turmaktion kann ich eine zusätzliche Siedlung am Rand eines Spielplans bauen. Dort kann ich jede der bebaubaren Flächen nutzen. Es muss, wenn möglich, wieder angrenzend gebaut werden. Bei der Tavernenaktion kann ich eine zusätzliche Siedlung an eine mindestens drei Siedlungen lange Reihe bauen. Zum Beispiel hier ans Ende oder an das andere Ende. Das Feld muss natürlich bebaubar sein. Hier könnte ich das jetzt nicht machen, weil nur zwei Siedlungen in einer Reihe sind. Mit den nächsten Aktionen kann ich schon bestehende Siedlungen versetzen. Bei der Scheunenaktion heißt das, dass ich eine beliebige Siedlung versetzen kann. Auf ein Landschaftsfeld, was wieder abhängig ist von meiner Karte dieser Runde. Zum Beispiel von hier nach hier. Wenn möglich, angrenzend. Die Hafenaktion ist die einzige Möglichkeit, auf Wasserfeldern zu bauen. Dort kann ich wieder eine beliebige Siedlung versetzen, auf ein Wasserfeld. Auch da wieder, wenn möglich, angrenzend an eine bestehende Siedlung. Bei einer Koppel kann eine bestehende Siedlung zwei Felder in gerader Linie weiter versetzt werden. Wichtig dabei, dass das Zielfeld bebaubar ist. Ich könnte aber bei dieser Aktion auch unbebaubare Felder überspringen. Bei dieser Aktion muss nicht angrenzend gebaut werden. Wenn der Spieler seine Pflichtaktion durchgeführt hat, keine weiteren Sonderaktionen mehr machen will oder kann, dann wird seine ausgespielte Karte auf den Ableihestapel gelegt. Er erhält eine neue Karte für die nächste Runde und der nächste Spieler ist dran. Wo ich meine Siedlung jetzt am cleversten bauen sollte, hängt immer davon ab, welche Kingdom-Builder-Karten für diese Partie gezogen wurden. Und da gucken wir uns gleich mal bei der Schlusswertung drei der acht möglichen an. Das Spiel endet jetzt, sobald einer seine letzte Siedlung setzt. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und dann kommt es zur Schlusswertung. Bei der Schlusswertung werden jetzt die einzelnen Kingdom-Builder-Karten der Reihe nach abgehandelt. Und die entsprechenden Auswirkungen auf die Siedlungleiste werden auf diesem Brett dann dargestellt. Diese Kingdom-Builder-Karte verlangt zum Beispiel von den Spielern, möglichst große Siedlungsgebiete zu bauen. Dort gibt es jetzt ein Gold für je zwei eigene Siedlungen im größten eigenen Siedlungsgebiet. Das heißt, in diesem abgespeckten Beispiel, mein größtes Siedlungsgebiet ist das hier. Da sind fünf Siedlungen, die irgendwie zusammenhängen. Hier sind nur drei. Das heißt, hier würde ich für je zwei einen Punkt kriegen. Das heißt, insgesamt zwei Punkte. Wenn die Karte Fischer ausliegt, ist es sinnvoll, möglichst viele Siedlungen an Wasserfeldern angrenzend zu bauen. Denn dort kriege ich ein Gold für jede eigene Siedlung, die angrenzt an ein oder mehrere Wasserfelder. In diesem Fall wären das eins, zwei, drei, vier Punkte. Die Karte Ritter belohnt möglichst große horizontale Ausdehnung. Dort gibt es zwei Gold für jede eigene Siedlung auf der horizontalen Linie mit den meisten eigenen Siedlungen. Auch hier wieder ein abgespecktes Beispiel. Einmal mit dieser horizontalen Linie und einmal mit dieser horizontalen Linie. Hier sind insgesamt vier Siedlungen, hier fünf. Das ist meine längste horizontale Ausdehnung. Also würde ich jeweils zwei hier bekriegen. Zwei, vier, sechs, acht, zehn Punkte. Ähnliche Anforderungen zeigen dann auch die anderen Kingdom-Bilder-Karten. Nachdem die Kingdom-Bilder-Karten abgerechnet sind, wird noch geschaut, an wie viele unterschiedliche Burgen ich Siedlungen angebaut habe. Denn dafür gibt es auch nochmal jeweils drei Siegpunkte. In diesem Fall habe ich Siedlungen an zwei unterschiedlichen Burgen. Dafür gibt es dann sechs Punkte nochmal oben drauf. Wer dann am Ende am meisten Siegpunkte hat, gewinnt. In diesem Sinne, Game on!